Hey Jungs, hi Donnie. Wie geht's Mikey? Kennst du noch Zoe, meine Cousine? Du heißt Josh, oder? Hi. Ich habe absolut keinen Plan. Wieso gehst du nicht einfach auf sie zu und sagst, hey, ich mag dich, magst du mich auch? Was findet sie nur an diesem Kerl? Hallo Leute. Machst du einen Scherz? Die Highschool ist vorbei. Ich brauche nur zehn Seiten zum Thema, wie war deine Highschool-Erfahrung? Aber in den nächsten drei Wochen können eine Menge interessanter Dinge passieren. Lebensverändernde Ereignisse, die meine Highschool-Erfahrung komplett verändern können. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Schlussnummer beim Frontend Center wird dieses Jahr Lovely The Band sein. Ich würde töten, um ein Ticket zu kriegen. Mann, Lovely The Band live zu sehen? Das wäre ein denkwürdiges Fest. Wann fangen wir? Vier. Der Millennium feigelt zu ihren Diensten. Alles klar, seid ihr bereit? Los geht's! Außerdem ist es ein Roadtrap mit Freunden. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Ja, ich auch nicht. Also Heimunterricht, wie ist das so? Ich habe noch nie jemanden gehört. Aber du und Josh, ihr scheint euch nahe zu stehen. Was? Nein. Was? Nein, nein. Ja, klar doch, komm mit. Wo ist Molly? Wahrscheinlich immer noch bei dem Typen von gestern Abend. Du hast eine lustige Art zu flirten, Molly Jenkins. Flirten? Amüsier dich mit deinem neuen Freund. So, ihr warte. Ich bin mitten im Nirgendwo und mein Leben ist ein Chaos. Natürlich ist dein Leben ein Chaos. Du bist ein Teenager. Ich kann meine Highschool nicht beschreiben, weil sie nicht vorbei ist. Bringt mich zum Frontend Center. Was ich sagen will. Wie fühlt sich das an, so blöd, Mann? Ihr seid so ziemlich schlecht, Mann. Ich mag dich. Magst du mich auch?